hallo liebe freunde wieder zu einer neuen folge pharma drama ja wir sind ja beim händler angekommen ich brauche unbedingt die inspektion aber natürlich bin es wieder alles vor mir dran hier und ja keine ahnung das wird eh nix müssen sie wissen sie meinen reifen bestellen musste ich gerade mal gucken wenn ich brauch den dringend ich stehe da hinten auf der straße aber wer war denn jetzt zuerst hier ich war erst ich werde längst hier gewesen wenn ich da mein zeug suchen müsste also wie ich einsterste ich bin zu fuß gekommen willst den stelle gewesen sein wie mir mit dem auto oder mit dem traktor also ich war erst erklären sie das mal ich habe noch ja ich habe erster ja nur ich habe mein gruber das ist mein auto da hast du alle fertig gemacht jetzt fertig gemacht ich habe alle fertig und ich habe keine arbeitsschuße sind deine fehler alle fertig ich muss mal einmal ich muss mal kurz vorbei ich muss mal gleich ab der fuchs dann steigen sie mal ja eine transporter dann fahren wir mal zu ihrem traktor ich habe ich habe reiten können wir irgendwie da hinten hin wenn die sehen möchte meine kuba ja so schrott raus ist unglaublich das ist ein witz ich kann mir nie zu was hier jetzt steht das scheiße hier rum sorry ich weiß nicht wo mein kuba bei ihnen steht aber klauen sie hier die sachen das ist mein kuba das ist mein kuba der den hat irgendjemand hier hingestellt das ist mein kuba und dafür auch dokumente das hier sagt ja habe ich zu hause die hat die letztes mal hier der aber da reiht man ja nicht ganz dicht war hat denn die ganze scheiße herum festhalten holen sie bitte erstmal die dokumente der schuster der schlappt hier und den ganzen tag durch die gegend und hält die leute von der arbeit ab dann können sie wenigstens mal mal die in der zeit wo sie herumstehen meinen traktor vielleicht reparieren den bräuchte vielleicht mal natürlich schnauze landstreicher auf geht's gott ich darf mir mehr zu fuß wie sonst steht das ding schon wieder hier unten drin ehrlich ne 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 unglaublich jetzt kann ich auch schon mehr dran danke für die 10 bits vielen dank jetzt kann ich die schaufel wieder suchen fahren unglaublich natürlich ist die weg alter das das ist dann das ist nicht normal unglaublich das macht keinen sinn mein land ist weg ja keine ahnung dann kann ich mache die türen zu beugen mehr zu arbeiten ist alles geglaubt ist die papiere habe ich im auto habe steht heute denn die papiere raus unglaublich das ist das ist ja unglaublich hier ist ja mehr zeug weg wie ich hier hatte das ist ja so ein unding das ist ja so ein bisschen zerknittert ein bisschen dreckig aber jetzt muss die serie nochmal vergleichen gehen mein traktor ist ja ja fertig da muss ich erst mal drüber gucken aber erst um acht also eigentlich habe ich gerade erst angefangen und ich muss noch mal ganz kurz mit meinem bruder telefonieren das dauert vielleicht zwei drei stunden da sie haben muss kurz was ich war gerade nicht mit dem herrn doch um gott was hat hier eine frage zu klären die 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 lange wegen abend essen also zwei drei stunden online oder ach so können wir ja vielleicht eine kleine schaufel besorgen und dann zum ausleihen irgendwie ja ich muss die mist wegfahren aus geisterhand ist mein schlepper wieder irgendwo hingeflogen wurde meine schaufel weg keine ahnung ich habe keine schaufel was für eine schaufel wollen sie denn haben im prinzip egal hauptsache ein frontlader und lade und wenn es geht keine pink oder sowas also da muss ich ja mal gucken die kann auf den von mir auch auf den auf den industrie von da passen das ist mir egal hauptsache eine schaufel wollten sie nicht die sehmaschinen hier kaufen ich habe eine ich weiß gar nicht mehr wo meine meine so weg meine sehmaschine ist weg die sie mir verkauft haben aber das ist doch die ich habe ihn noch also sie wollten noch eine vier meter kaufen ja aber meine alte habe ich doch kein weg gebracht oder nein aber sie wollten noch diese hier kaufen ja schön aber meine alte ist ja gar nicht da wie soll ich denn eine neue kaufen wenn ich die alte nicht in zahlung geben kannst du mir bitte normale reifen mit mit radgewicht drauf ziehen und und klar und eine durchsicht muss sofort passieren mache ich dir sofort alles andere muss stehen und liegen bleiben ich so vor dem so vor ein mache ich sofort als er ist noch heute zurück gegen mittag okay ich habe mich sofort ich lasse den stehen ich ja 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 nur die gerne kommen mit hier nimmt jedoch den fendt der hier vorne steht auch das ist erst mal hast erst mal ein satz fahrzeug hier vorne der schwarze fendt ich bei mich ja wie gesagt ich hoffe mal zu mittag hast du den wieder ich sollte eigentlich nichts sein was macht der anregel spiel ich weiß nicht keine ahnung was der hier macht aber du hast wie gesagt den fendt hier ja wunderbar ich glaube aber bitte nicht drin verlieben ist da immer sehr die sind schon wirklich qualitativ wirklich sehr sehr gut wenn wir dann mal mit der schnuderei fertig werden können wir dann mal dazu kommen haben sie eine schaufel ich habe leider zu tun der müller eine schaufel ich habe wieder ausleihen ja so eine uwe eins schüppel was ist das denn nur b1 ist eine schüppel hierfür handbetriebe ja sicherlich du hast ja gefragt noch eine kleine schaufel für einen frontlader man schaufel von der schaufel haben so was gibt es hier nicht zwei bäcke hinten im dorf also sie wollen dass meine freundlader schaufel wo ich hau ab tschüss ja wenn sie eine wieder da hätten vielleicht zufällig zum ausleihen oder so ja ich habe erst mal ich habe noch einen wichtigen auftrag rein bekommen gerade ja genau habe ich mit bekommen ja und dann könnte ich mal gucken wenn es ist ein bisschen spät aber egal aber ich meine ich jetzt ist ja auch jetzt muss ich erst mal einen auftrag machen ja das wissen sie der dieter ist auch möglich guter kunde das habe ich gemerkt ja das geht ganz fix ja ja ist auch der ist auch schon ist auch noch bei der polizei zufällig das ist ja ganz aber ich sag mal 20 hat es vielleicht auch soweit ich glaube 20 erlebe ich nicht mehr das halte ich nervig nicht aus das hoffen wir ja dass das genau so stelle ich mir das vor ja dann vielen dank also sie halten mich gerade ab von der arbeit ist das eine scheiße hier dass man schild bist du mein land überhaupt der ganze so weg jetzt war ich erst mal den kuba holen und dann fahr ich mit dem kuba um ein feld grubbern und vielleicht habe ich bis dann irgendwann auch wieder eine sämmaschine und so weiter und so weiter so diese scheiß paletten ich kriege ich eh nichts für die scheiß dinge und dann schafft er die So, jetzt fahre ich zu meinem Ackern, dann fahre ich den schon mal kurz an. Du lieber Gott, bis heute Abend, dann hab ich meine Karte vielleicht wieder an Gottes Willen. Nee, nee, nee. Der bleibt ja bald ganz auf dem Boden hier vorne, oh, um Gottes Willen. Aber wenn ich die Kohle da mal irgendwann kriegen sollte, dann muss ich unbedingt investieren. Mal gucken, was ich dann kaufe. Ich hab schon gedacht, der Shampoo, der kommt weg. Oh Gott, er schafft es. Gott sei Dank, er schafft es. Oh Gott, der Schnellste, ne? Ich weiß, ich weiß, wie ich die ganze Maschinen weiß. überfinden werde. Für die Puh natürlich cool, ne? Aber die ist so verschwunden. Durch mein Marker ist das Unfall doch schon so hoch, dass das noch was wird. Ich weiß es nicht. Luperneu, hallo. Servus. Jetzt habe ich deinen richtigen Namen vergessen. Da hast du mir noch gesagt, dass wir bestimmt einfach... André? Ne. Oder? Wie war der Name noch? Luperneu. Deinen richtigen Namen hast du mir schon mal erzählt, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube... André. Ich glaube André. Ich glaube André. Stimmt das? Luperneu. Ne, Luperneu. Ne, Luperneu. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, heute geht es wieder drunter drüber, hast recht. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Die mancher. Oh je, der Jungbauer, was ist der denn? Hallo Herr Jungbauer. Hallo Herr Müller. Ja, hallo. Jedes Mal, wenn Sie auf dem Acker sind, haben Sie einen anderen Trecker. Oder haben Sie den gewaschen? Ich habe nur drei. Haben Sie nur drei? Ja, der eine wurde eben geklaut. Der Schwarze habe ich wieder am Hof gefahren. Da fehlt mir die Schaufel. Und den brauche ich dann aber zum Mist weg machen, wenn die Schaufel wieder auftauchen sollte. Irgendwann. Ja, und der eine ist in der Inspektion. Jetzt muss ich mit dem Kleinen hier rumquellen, mit dem großen Gruber. Haben Sie vielleicht eine Feldspritze? Wofür brauchen Sie hier eine Spritze? Für Unkraut? Haben Sie doch Bio oder kriegen Sie mehr Geld für das Quoren? Aber, aber ich habe auch keinen Stegel. Nehmen Sie den ein bisschen weiter raus. Wenn ich damit durchfahre, dann ist meine Getreide weg. Kommt doch wieder hoch. Machen wir was anderes hier. Das kommt wieder hoch. Schauen Sie mal ein. Gucken Sie mal in den Computer. Mein Lager ist für den Schenkelchen, was da hinten drin ist. Oh, das ist schön. Soll ich das hinbringen? In mein Hofsilo. Können Sie rein kippen. Okay. Das ist schenken, das ist ja wunderbar. Ja, ja. Das freut mich, vielen Dank. Ja. Äh, noch was, wenn Sie mich irgendjemand begegnen, sagen Sie am besten gar nichts. Dass Sie hier sind oder wie? Ne, hier bei uns in der Ecke, bei den Jungbauern hier hinten, da haben sie wenigstens ihre Ruhe. Ne, mit dem Stroh. Mit dem Stroh. Ja, sagen Sie am besten, ich hätte ihn abgekauft. Oder so, irgendwas. Oder gar nichts. Egal, am besten sieht sie gar keiner. Ja. Ich habe noch was im Angebot. Ja. Ein Schneidwerk. Das habe ich günstig erworben. Wollen Sie das auch haben? Ein Schneidwerk? Ja. Ja, das habe ich... Das stand beim Händler, wo ich hier mal einen neuen schicken Startwagen gekauft habe. Ja, ein schöner Wagen, ja. Ja. Weil, muss ja was schaffen hier. Dann stand das da rum und dann habe ich ihn angefragt. Was denn für ein Mähwerk? Was denn das kosten? Ja. Kommen Sie mit. Immer mal hin, guck mir das mal an. Ein Mähwerk? Ach, hier ist direkt hier hoch, okay. Ja, ja. Mhm. Ja, hier habe ich eine Lager, Maschinenlagerhalle. Ach ja, so eine Feldschutz habe ich auch gehabt. Das ist aber unsere. Könnte ich mich lieber ausleihen? Bitte? Wenn Sie eine haben, dann suchen Sie doch. Ja, das ist bei mir schwierig. Ich habe schon in der Mauer gemacht mit Ausleihen. Dann haben Sie es ausgeliehen, dann war es weg. Seitdem wird Ihnen nichts mehr auf dem Hof ausgeliehen. Wissen Sie, wie es bei mir geht, wenn ich was suche und das dann irgendwann gefunden habe, in der Zeit ist das andere wieder weg. Das ist, ja, blöd. Aber naja, egal. Wollen Sie noch einen neuen Pullover im Winter? Nein. Warum das denn? Ja, hier ist einer in Rohform. Nein, 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 nein. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, brauche ich nicht. Nein, nein. Danke. Den habe ich mir jetzt auch erst neu gekauft. Schönes Ding, oder? Genau den sehen wir auch. Nur in schwarz mit Frontlader. Ja, schwarz. Braucht man nicht. Ich wollte ihn auch in deutsch-grün, aber naja. Herr Schäffling hat gemeint, er wäre ein schwarzschöner. Ja, hallo. Ja, hier Rathmeier. Ja, hallo. Wo? Ich hätte der Hugo angerufen. Ja. Gibt da ein Problem mit deinem Träger. Ach Gott, was sind du schon wieder? Ja, am besten du kommst immer runter dann. Okay, komm ich gleich. Schalte das an. Ja. Aber nimm deine Geldbörsen mit. Oh Gott. Okay, danke. Ja. Jo, mache ich. Okay, tschüss. Ja. Warte, ich finde den Schlüssel nicht. Ah, hier. Das ist doch richtig. Hier. Das schneit? Schneit weg. Das habe ich gekauft. Das ist doch meins. Ja. Ich sage Ihnen jetzt mal was. Ich habe das, das stand so, hat er mir angeboten, komplett general überholt. Sehen Sie, das hat ja noch nichts gemacht. Das ist flammeneu, das hat meine Schwester erst gekauft. Du hast doch gar keine Ernte mitgemacht. Das ist meins. Mit dem Wagen. Hören Sie, hören Sie zu. Ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Ich habe das für 35.000 Euro gekauft. Mit Schneiderlacksanhänger. Mhm. Und ich verkaufe Ihnen das für 30. Nee. Das kommt wieder zurück, das ist meins. Ich habe das, ich habe das Papiere, alles habe ich gekauft. Vorschriftsmäßig. Nein, das kann nicht sein. Die Papiere waren bei mir. Der Schlinger wurde abgemeldet. Nein. Hat mir der Herr Schöfflinger gesagt. Ja, das mag ja sein. Da hat er falsche Papiere. Das Zeug liegt bei mir im Schrank. Im Safe. Wie sollen denn deine Papiere rausgekommen sein? Das ist mein Dräscher, mein Schneidwerk. Den Dräscher habe ich auch dazu. Kommen Sie mit, setzen Sie sich mal hier auf der Bank. Ich frage mal Opa, da soll die mal rausholen. Guckt mal die Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, dann kommt ihr im Teamsweek vorbei. Die Nummer dazu findet ihr in der Videobeschreibung unter den Videos bei YouTube. Bis dahin haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.